I am so happy, yeah 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 Ihr denkt jetzt der Brusi der dreht durch Ist doch total, ja eigentlich fühle ich mich total Hammer, weil gestern habe ich einen Mail gekriegt Oder wir sagen Hinweise von YouTube Lockersmoncool hat mir geschrieben, dass er der 2000. Abonnent ist Bei mir in meinem Kanal, da muss ich erstmal raffen Boah, 2000 Abonnenten habe ich jetzt mittlerweile Das ist so unvorstellbar Innerhalb 2014 habe ich eigentlich richtig angefangen Und jetzt schon 2000 Abonnenten Also ich muss euch sagen Ich danke euch alle, dass ihr mir die Treue gegeben habt Oder gerade erst zu mir gekommen seid Ich hoffe, dass ich euch auch in Zukunft nicht enttäuschen werde Und ja, I wanna say thank you to all my English speaking, listening fans Ähm, eine andere Sprache kann ich leider nicht Ähm, ich wurde auch viel gefragt Warum ich nicht auch mal ein Review komplett in Englisch mache Da habe ich ein bisschen Muffensausen Ähm, das ist bestimmt, ähm, mehr Comedy als Review Wenn ich das machen würde Ähm, ihr wollt euch das bestimmt nicht antun Mich in Englisch zu hören Ähm, deswegen bleibe ich bei den Untertiteln Ja, das soll es gewesen sein Also, 1000 Dank 2000 Abonnenten Ähm, ja Danke Danke Danke